Das Gedächtnis ist wie ein Muskel. Wenn du das nicht trainierst, wirst du über die Jahre tatsächlich immer vergesslicher und geistig unflexibel. Deswegen bleib auch bis ins hohe Alter geistig flexibel, nütze die Techniken und speichere dir alles ab, was du für dein Leben brauchst. Wenn wir kein Basisraster an Wissen hier oben im Kopf mehr haben, können wir kein Transferwissen mehr herstellen. Mein Name ist Markus Hofmann, ich bin Vortragsredner, Buchautor und Träger des Deutschen Weiterbildungspreises. Und ich zeige Menschen, wie sie sich einfach alles merken können in ihrem Kopf, weil sie die richtigen Techniken anwenden. Ist dort ein junger Mann? Herzlich willkommen, Markus Hofmann. Ich mache das seit über 16 Jahren und habe begonnen bei Volkshochschulen und bin dann bei Wetten, das mit dabei gewesen, bei Schlag den Rab, jetzt hier bei der Langsess Arena. Und da hat sich das über die Jahre so entwickelt. Was ich heute mit eurem Kopf machen werde, ich werde so eine Art Briefkasten hier oben einrichten, dass, wenn ihr eine Information sucht, der ihr Briefkasten aufgeht, ihr die Informationen rausgeben könnt und ganz konkret wiedergeben könnt. Also im Prinzip kann eine Firma oder eine Unternehmung ihr komplettes Firmenwissen mit diesen Techniken im Kopf bei den Mitarbeitern und bei den Kunden verankern. Bei Kongressen, bei Messen, bei Jahresauftaktveranstaltungen. Es gibt so viele Möglichkeiten, wo du genau dieses Thema Gedächtnistraining anwenden kannst, damit Menschen, die das erfahren, von sich selbst begeistert sind. Wer von euch konnte denn jetzt mit dem Partner von diesen 10 Punkten mindestens 7 sinngemäß oder mehr wiedergeben? Sinngemäß? Lass mal kurz die Hände oben. Schaut mal kurz um. Schaut mal kurz um, wie viele Hände oben sind nach der ersten mündlichen Wiederholung. Macht den Fokuspreis. Ich wünsche euch wahrlich den Vorsprung durch Wissen. Dankeschön. Wenn du in Zukunft einfach alles merken möchtest, wie zum Beispiel Namen und Gesichter, Zahlen, Daten, Fakten, Vokabeln, Fremdsprachen, To-Do-Listen, einfach alles, dann habe ich genau die richtigen Techniken für dich. Nach meinen Vorträgen oder Seminaren wirst du ein vielfach besseres Gedächtnis haben. Du wirst dir eine Fülle von Informationen merken können, wo du jetzt noch gar nicht glaubst, dass das überhaupt möglich ist. Schau auf meine Webseite www.unvergesslich.de Ja, Wahnsinn. Grandios. Super viel mitgenommen. Das ist ja was, was man direkt im Alltag umsetzen kann und ich habe halt auch eine schulpflichtige Tochter und es ist halt toll, direkt über diese Sachen ihr zu zeigen, wie leicht und lustig sie einfach sich was merken kann. Finde ich total gut. Man braucht eigentlich nur ganz kleine Anregungen und schon kann man es abrufen. Die Briefkästen, die man sich selber anlegen kann, dass man die einfacher abrufen kann, das war wirklich toll und spannend und ja, das werde ich bestimmt auch benutzen. Der Markus Hofmann, einfach gigantisch.